Renny, wie schärfst du deine Macheten? Diese Frage kommt immer wieder mal und eine Variante, nämlich die Quick and Sturdy Variante, ist mit diesem Teil hier. Und wenn du wissen willst, was das kann, was es nicht kann und wo man aufpassen sollte, ja dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Renny Rossmann vom Survival Shop für Blühenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe vor einiger Zeit diese Machete hier vorgestellt, gebe da oben den Link auf das Video und die war natürlich ab Werk so geschärft und hat gute Ergebnisse geliefert, haben auch einige gefragt, ob ich das nochmal nachgeschärft habe. Nein, ich habe sie ausgepackt und damit gearbeitet. So, aber wie schärfe ich meine Macheten? Und es gibt natürlich jetzt die langwierige Variante hier, geben wir alles am Wecker. Ich setze auf dieses Ding hier. Gibt es billige Eigenwerbung natürlich auch bei mir im Shop. Wie bin ich da drauf gekommen? Und zwar, ich habe eine Dokumentation gesehen über Inuit, über Eskimos, nämlich die Inupiat, die ganz weit oben sind, also die sind schon ganz oben und die sind, das gesamte Dorf, auf einen Wal auf Jagd gegangen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist ja eine Kultur. Und die haben halt einen Wal harponiert mehrfach und haben ihn dann an Land gezogen mit Traktoren und das ist volksfest bei denen. Und dann sind die mit Macheten hergegangen, haben ein bisschen anders ausgeschaut, also nicht so Tanto mäßig und haben den auseinander geschnitten. Zerwirkt zusammen, ja im Endeffekt, damit sie ein Essen haben können. Und da sind die immer wieder hergegangen mit dem hier und haben das so abgezogen. So. Und da haben wir gedacht, was sind das für Eierbirnen? Ich meine, das ist doch nicht gut für die Klinge. Das ist doch voll arg. Ich meine, überleg dir das einmal. Da ist ja, schau her, wie dieses Teil hier aufgebaut ist, da ist da innen drinnen ein V und das passt ja nie mit der Klingengeometrie des Anschliffs zusammen, weil da durch und... Aber als ich dann halt mit der Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht habe und auch selbst das mal ausprobiert habe, haben wir gedacht, ja und? Ja und? Ich meine, wir reden hier von irgendeiner unter Anführungszeichen Billigdorfer Machete. Und auch das, was die eingesetzt haben, war nicht ein High End Superstahl, irgendwas um 5000 Euro, das beim Mondlicht geschmiedet wurde, sondern das war einfach ein Gebrauchsgut und das ist auch ein Gebrauchsgut. Und die haben gar nicht die Zeit, weil die müssen einen ganzen Walzer wirken. Da jetzt du Bussi und... Das wird extrem stumpf nach einiger Zeit, wenn die da so arbeiten. Was für Praktiker aus dem Leben, nämlich diese Inuit Inupiatum genau zu sein, passend ist, das ist für mich auch passend. Weil die wissen, was sie tun. Also du kannst das jetzt anders sehen und schreib mal. Ich weiß, weil wenn ich das auf Trainingsherr zeige, da sind dann Kenner dabei, die dann sagen, das kann man nicht tun. Oh ja, bei dem kann man das tun. Im Endeffekt aufsetzen, es kann nichts passieren. Da ist dieser Schutz dabei. Aufsetzen und durchziehen. Und natürlich ist das nicht so cool, wie wenn ich mal jetzt zwei Stunden Zeit nehme und das am Stein abwäts. Aber das ist ein Gebrauchsteil. So. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, wo ich das einsetze. Äh... Nicht... Mein Failnief zum Beispiel oder andere Messer, die kriegen Spezialbehandlung. Aber solche wie das Glock zum Beispiel, die werden so abgezogen. Schau, das ist jetzt sogar ein bisschen grausig. Ja, da bin ich jetzt schon einmal drüber gefahren. Siehst du sie? Da ist sogar noch ein bisschen rostig vom letzten Mal. Und da ziehe ich drüber und da tue ich nicht lang herum. Weil das sowieso innerhalb kürzester Zeit wieder stumpf wird. Und weil es ein Werkzeug ist. Kein... Ich bete es an und habe es in der Vitrine stehen und sage, oh ist das super. Ich würde so gerne in den Wald damit rausgehen und damit arbeiten. Aber es ist viel zu schön. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist ein Werkzeug. Und da kann ich auch mit dem argen, bösen Ding drüber gehen. Und dann ist es wieder scharf. Und ein Glockmesser und auch andere. Ich meine, diese Machete habe ich jetzt noch nicht so lange, um das bewerten zu können. Also auch beim Glockmesser und bei vielen anderen Macheten, die ich habe. Nach ein paar Mal arbeiten, sind sowieso wieder stumpf. Und das war's. Dass das Teil jetzt natürlich nicht rasiermesserscharf ist. Oh, das ist klar. Aber ich habe wieder, wenn ich da ein paar Scharten drinnen habe und sich das verbogen hat, es wieder gerade gerichtet und habe da Material abgearbeitet. Es ist nicht perfekt. Natürlich ist es nicht perfekt. Aber es ist besser als nichts. Ein böses Video von mir. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Speziell auch draußen, wenn man wieder einmal durchziehen muss, weil man weiter arbeitet oder so. Das ist so ein leichtes, kleines Ding hier. Da ist da im Endeffekt so eine, sind so Stahl, Wetzstahl mäßig angebracht und du ziehst das runter. Und wie gesagt, ein schönes, tolles, super Messer. Das wollen wir natürlich mit dem hier nicht schänden. Unter Anführungszeichen. Ist klar. Dann nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit. Aber bei einem Arbeitswerkzeug, wenn du draußen ausarbeitest und weiß ich nicht, die Gicht weg holst, dann wirst du nicht dann anfangen und zum Nacharbeiten, sondern dann ziehst du da ein paar Mal drüber und dann gehen wir eben wieder. Das war's. Aus. Daumen nach oben oder nach unten kannst du, wie du magst. Schreib mir einen Kommentar. Heute wollte ich mal so richtig polarisieren. Das hat mir jetzt auch wirklich Spaß gemacht. Schreib mir einen Kommentar, wie du das siehst. Abo. Einen Link gibt mir einen Shop an das Video. Vielleicht machen wir gleich das Macheten-Video, das passende dazu. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Und tschau.